die hat die schädel gestohlen meine schädel soll sich selber welche ausgaben da ist sie wie auf es ja 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 Nicht gut. Das ist es. 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 Was ist mit meiner Belohnung? Oh, die habe ich natürlich nicht vergessen. Hier, bitte. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis dann. Okay. Was kriege ich denn? 2. EPS. Schön. 180 Kronen ist auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Leute. Äh. Oh. Oh. Was tut hier? Was haben wir denn hier, Leute? Hm. Ähm. Theoretisch. Was mehr Damage macht. Und das bessere Silberschwert ist, was ich gerade selber gebaut habe. Ganz oft. Das ist das. Das ist ja. Das ist ja. Genial. Schein. Äh. Schein so. Äh. Schein so. Äh. Schein so. Äh. Das ist. Schein so. Schang so. Äh. Hex aus. Ja, bringt mir aber nicht viel, glaube ich, ne? ich trage das ding einfach mit mir rum und schauen wir mal mittags erscheinungs trophy fünf prozent kraftweiber okay also ist gerade ausgetauscht oder hat jetzt sehr verwirrt okay okay Hmm. Ich überlege gerade noch, was ich hier tun würde. Fahr da wo noch dorthin, oder? Ah, da ist es doch. Das ist hier doch mal ein richtiger Sturm. Na, was? Stirb! Wie ein Mann! Oh. Wie lange soll ich nochmal? Oh. Oh. Ach, du kühlen. Läuft. Immer noch. Hm. Noch was. Ein Feuer, aber ja. Gut. Jetzt neben dir Feuer könnten wir doch eigentlich Dinge tun, ne? Ähm. 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 Spielewert? mit silberschwert hat jetzt der mit richtig krass erhöht vorher war da echt nicht wie viel gesamt spiel 16 stunden so groß ich 10 prozent ok ja krass ok 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 ich verstehe das wirklich Ich geh mal da hoch. Ein Sturm, verdammt. Der Sturm ist schon eine ganze Zeit, beide. Die ganze Zeit. Das ist besser, was ich habe, glaube ich. Das hatte ich gerade vor Ort empfunden. Nee, warte mal. Hm. Vielen Dank.